Ja, das war ein schönes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, Leslie Desmond hier bei uns in Düren in der Nähe von Köln. Ich war dabei mit meinem 18-jährigen Freiberger Wallach Hector, beziehungsweise es ist meine Reitbeteiligung von Natürlich zu Pferd, so heißt der Wanderreitbetrieb, wo Hector auch mitgeht und wo ich regelmäßig mitreite. Und ja, was habe ich mitgenommen? Sehr viel. Es geht natürlich um Körperhaltung, es geht um die Energie, die du auf das Pferd überträgst. Es geht um den Umgang mit Druck. Man muss dazu sagen, Anna und Ilja van de Kastele, denen hier der Hof gehört, der Wanderreitbetrieb. Es ist nicht nur ein Wanderreitbetrieb, aber auch ein Wanderreitbetrieb. Sie kennen natürlich Leslie Desmond und setzen auch ihre Methode um. Ja, es geht einfach darum, wie erreiche ich eine Partnerschaft mit dem Pferd, ohne dass eben mit irgendwelchen Gegenständen gefuchtet, geworfen wird oder das Pferd bedrängt wird. Und das ist eben einfach das, was mich auch damals getriggert hat, hier überhaupt das Reiten neu zu lernen, weil ich habe als Teenager die englische Reitweise umgesetzt, soweit man das sagen kann, und habe dann über 25 Jahre nicht mehr auf dem Pferd gesessen und meine damalige Freundin meinte, lass uns doch hier mal einen Wanderritt machen. Und für mich war natürlich erstmal ja Wanderritt, ich möchte mich da schon dem Thema nochmal neu nähern. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, mit so wenig Krafteinwirkung und Tools Pferde zu steuern, zu lenken, wenn ich das mal so sagen soll. Ja, und ich finde es einfach schön. Und das kann ich ja ruhig schon mal spoilern und verraten, also das wird jetzt nicht der letzte Deutschlandbesuch von Leslie gewesen sein. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, mal dabei zu sein, dann macht das unbedingt, ist wirklich toll.